Das Fitnesstraining zu Hause lässt sich recht einfach, auch ohne Geräte gestalten, macht aber nicht so viel Spaß und ist in der Regel auch weniger effektiv. Deshalb hat sich ja in der Vergangenheit gezeigt, dass Klimmzüge eine sehr sehr gute Möglichkeit sind, einen Großteil des Körpers zu trainieren, insbesondere die Rückenmuskulatur, aber auch die Armmuskulatur lässt sich so trainieren. Mit einer Klimmzugstange, die sich ganz einfach zwischen den Türrahmen klemmen lässt, kann das Ganze einfach und platzsparend zu Hause durchgeführt werden. Die Magnus Klimmzugstange ist ein solches Modell, welches relativ preisgünstig ist und sich eben für die Tür eignet. Eine solche Türreckstange für den Türrahmen kann im Prinzip ohne Schrauben angebracht werden. Wir möchten in diesem Video einmal darüber sprechen, lohnt sich das Ganze und wir können auf jeden Fall sagen, dass der große Vorteil an diesem Modell ist im Vergleich, dass das Ganze eben ohne Schrauben geht. Die meisten Modelle müssen geschraubt oder gebohrt werden, das fällt hier weg und das Ganze ist auch nochmal 20 cm höher als vergleichbare Stangen. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich, hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Der klare Vorteil hier an dieser Klimmzugstange ist eben, dass Personen im Prinzip jedweder Größe hiermit gut zurechtkommen, die auch was auch die Kundenbewertung nochmal bestätigen und das Ganze, die Griffe auch gepolstert, sodass sie sehr, sehr gut und bequem in der Hand anliegen. Das Ganze sieht auch relativ schick aus, wobei das jetzt nicht zwingend ein Bewertungskriterium darstellt. Allerdings lässt sich feststellen, dass dieses Fitnessgerät eben sehr einfach und bequem zu handeln ist. Für eine Türbreite bis zu 92 cm hier geeignet, das Ganze Türrahmentiefe bis zu 21 cm. Das heißt, die allermeisten gewöhnlichen Türrahmen, wenn sie jetzt nicht großartig außergewöhnlich sind, sind hier bestens geeignet. Und der Hersteller gibt eine Belastbarkeit bis zu 130 kg an. Wenn wir uns nochmal die Qualität und Verarbeitung anschauen möchten, vor dem Kauf ist es sicherlich sinnvoll, einmal nach bisherigen Erfahrungen von Nutzern zu schauen, beispielsweise in Foren, Shops wie Amazon oder Ebay und sich dort die Kundenmeinung anzuschauen. Wir haben für euch einmal das Ganze ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hier durchschnittlich sagenhafte 5 Sterne vergeben werden. Dementsprechend wirklich ein Top-Produkt, für das wir eine Empfehlung aussprechen können. Wir können hier letzten Endes also entsprechend eine Empfehlung geben und zusätzlich euch den Tipp ans Herz legen, wirklich nur bei Shops einzukaufen, die bekannt sind und die entsprechend auch die Möglichkeit anbieten, dass möglicherweise dann, wenn man mit dem Produkt nicht so zufrieden ist, das Ganze zurückschicken kann und auch ein entsprechender Support geboten wird. Solche Shops sind bekanntermaßen Ebay, Amazon und auch der Real-Online-Shop. Hier kann man als Kunde auf jeden Fall bedenkenlos einkaufen und sollte man nicht zufrieden sein, das Ganze dann letztendlich auch reklamieren und nochmal zurücksenden. Vergesst nicht, unten in der Videobeschreibung nochmal vorbeizuschauen und euch das beste Angebot zu sichern, wenn euch dieser Artikel gefallen hat. Und wir laden euch auch zur Diskussion ein, sodass ihr gerne eure Fragen hier stellen könnt und euch zusätzlich mit der Community austauschen könnt. Über einen Daumen hoch würden wir uns ebenfalls freuen und abonnieren. Nicht zu vergessen, wir sehen uns dann im nächsten Video.